Hallo allerseits herzlich willkommen zu Raiders of Valhalla Difficulty Normal würde ich mal sagen Village Name Vytao Village Vytao Oh Oh Nochmal Ja Darf ich Vytao Will So jetzt aber Okay um gut confirm in the vast lands of the north a fearless group of viking dwarfs heard an intriguing legend from a seer the legend spoke of a serpent of the skies is a colossal threat that challenged the divine order the belief surroundings surrounding the legendary creature promised eternal glory to whoever dare to defeat it granting them a place beside the gods in Valhalla fueled by the thirst of glory these dwarfs resolved to embark on an epic journey facing unknown dangers in a pursuit of the of the grand reward Prophesized by the ancient legend Okay Also Das Ding läuft Von selbst von alleine Here you can see how the dwarfs performed in the battle Here you can see the performance of each individual unit In the hp field you can see how much healing the unit received Also here During combat as well as the amount of healing it performed In the tank field you can see the total damage the unit received And how much of that damage was absorbed by the unit shield The damage you can see how many hits unit landed the total damage cost And also how many of those hits were critical strikes Here Siebmanns okay Good that was close strengthen yourself with new equipment Okay Welcome to your inventory where you can equip your army and manage your items This statue indicates the unit's maximum health Here Health points Determines how much damage your character can take before being defeated Then gives you resistance Okay Also die wird zuerst Vor den hit points wird zuerst Die hier Genommen This statue indicates the unit's power level Of space attack value Und speed This statue indicates the unit's speed Denotes how quickly unit attacks measured in attacks per second Hier haben wir crit Und hier haben wir crit multiplier Und hier haben wir knockback strength Looks like you've acquired an armor in the last raid How about equipping it Das ist hier To improve your stats you can equip gear on your dwarves You can equip the armor by dragging it To the armor slot Or placing it directly onto the dwarf Also wir können sie Nö Achso hier Zack dann kommt sie auch gleich hier rein As you can see your stats have changed Ich hab nicht aufgepasst Ah ok doch 250 hatten die da vorher auf jeden Fall Ja So sieht's aus Raids This is the raid selection screen You can see details about the enemies and raid rewards On the information pages within the raid card Ja Hier Desert 1 Possible rewards Los geht's Und dann wird schon wieder gekämpft Jetzt sieht man auch hier Da gibt Da habe ich noch ein bisschen Shield Jawohl An army isn't formed by just one wolf Recruit more allies to strengthen your army Das machen wir auf jeden Fall auch so schnell als möglich Wir haben jetzt 250 Gold bekommen Wir haben allerdings wie wir oben sehen 2250 Also wir hatten ohnehin schon einiges Inside the shop you can recruit new allies and purchase new equipment The enemy army is growing recruit a new ally So wir können hier entweder warrior oder bard Nehmen wir einen barden Der hat wenig hitpoints Aber der kann bestimmt auch was Heals the team every 4 seconds The strongest inspire becomes inspired for 5 seconds Die nehmen wir You activated a synergy among your allies Each dwarf has two synergies Which when combined unlocked unique skills Oh das war Das war unbeabsichtigt Test the strength of your army in battle Looks like the enemies are getting stronger too Now they have skills on their equipment Ah hier sehen wir es ok Cold breeze attacks apply freeze Thorn armor reflect receive damage Fire touch attacks apply burn Green aura heal life per second Naja Wir Nehmen es trotzdem so hin Wir heilen jetzt auch Zack Der läuft hier mit einem hitpoint Final life 1 Oh man So each weapon has a unique skill You can see more details of the skills by interacting with its name Buy a new piece of armor Buy a new weapon with a skill to destroy your next enemy Buy a new weapon with a skill to destroy your next enemy Oh Gains attack speed 10% every 2 attacks Der ist der teuerste den nehmen wir uns Each armor has a unique ability You can see more details of the skill by interacting with its name Buy a new piece of armor Equivalent exchange Exchanges attack speed for power when starting a raid Okay Der bringt viel Oh Viele hitpoints Viel resistance Etwas weniger power Aber den Das nehmen wir mal oder When buying new items Consider how their skills interact with one another to create powerful combinations So Hier ist das Inventar Und Wir nehmen jetzt den Hammer Kann man das vergleichen? Hm Darf ich den anderen nicht equippen? Now you're prepared for greater challenges Oh toll Deep forest one Das dürfte ein Nerd Boss sein, oder? Ja, das ist ein Boss Ha Jawohl Oh Mann, oh Mann Kann der nicht sterben? Der hat immer einen einen Hitpoint Wir haben Wir haben es geschafft, oder wie? Sieht so aus Twinblades Gain 30% chance To attack twice Uh Relics affect the entire team But can only be equipped on the leader Das hier Okay Aber das betrifft das Das ganze Team Cool The gods are on your side Now Go forth and test all This power Oh, hier bekommen wir vielleicht eine Eine Axt Okay Ja, wir haben es bekommen Sehr gut Tier 2 equipment is better than tier 1 With improved stats and skills Wenn ich das hier Achso, soll ich dem hier geben Now you're prepared to prove your honor So, darf ich jetzt Synergies Okay Wo So, der hier Der hat nämlich noch kein Armor Und jetzt will ich mal schauen Wenn ich das hier drüber Ah, so ist das Dann werden die beiden verglichen Und Verglichen mit der Axt Haben wir Genau Haben wir Weniger Speed Weniger Crit Prozent Weniger Crit Multiplier Und weniger Knockback Also Überhaupt Weniger von allem Na Er hier Der Er Wenn wir das ansehen Weniger Power Aber dafür mehr Speed Mehr Crit Und Genau Okay So funktioniert das Gut, gut, gut Im Shop Können wir Ja Da sparen wir glaube ich Auf einen Auf einen neuen Dwarf Hier gibt es Quests Und Da gibt es Chests Bekommen wir das alles 2500 Odin's Protection Oder kann ich mir Da kann ich mir Eins aussuchen Nicht Oder Schauen wir mal Aufs Inventar Ja Da kann ich nur Eins aussuchen Okay Aber Jetzt können wir uns Zum Beispiel hier Den Guardian Nicht Kaufen Weil wir Zuerst Einen Äh Äh Hier Einen Slot Kaufen müssen Um 500 Und Jetzt können wir Zum Beispiel Hier den Guardian Kaufen Und Dem geben wir Auch noch Hammer Auch die Das hier Habe ich das jetzt Gekauft oder nicht Ja So Das bekommt er Und Ja Das normale Schwert Vorerst Und dann gehen wir Schon mal Hier hin Was ist das hier Firestone Can be used at the Forge to hatch Eggs Nehmen wir das hier Jawohl Da Knallen sie schon Auf den Gegner Ähm Ja Sieht Aus als hätten wir Hier Absolut Keine Probleme Leider nur Gold bekommen Ähm Armor Firestone Ich will so einen Stein haben Haja Forge will be unlocked In a higher Metaprogression level Okay da muss ich Erstmal Und auch Skilltree Will be released In the future Okay Kann ich jetzt zum Beispiel Ein Sword 2 Mir nehmen Und das Bis auf Knockback Ist das überall besser Bjorn Civicus Und Olaf Sind unsere drei Wir Unlocken Gleich mal Den nächsten 1100 Ich glaube Aha 1500 Kosten jetzt Die nächsten Bard Warrior Ja Und das hier Sind die Synergies Oder wie Das heißt Der würde Eins zu Brave Hinzu Hinzu geben Oder wie Ein Inspire Das probieren wir dann aus Aber wir haben noch zu wenig Geld Also Firestuff Ist ja auch cool Aber wir wollen Momentan mehr Geld haben Sehr gut Sehr gut Habe ich hier Dann zwei Von diesen So sieht's aus Ähm Der heißt auch Olaf Okay Erstmal eine Waffe Und Eine Rüstung Ansonsten haben wir Nichts zu verlieren Adventure Können wir auch nicht Dann schauen wir Ui Aha Da kämpfen wir Jetzt gegen drei Gegen drei Vielleicht mit einem Firestuff Wir wollen Wir wollen Wir wollen Kohle haben Also Drei Gegner Zwei Gegner Zack Tausend siebenhundert Ja das ist alles nur Level eins Da kann ich bestimmt Irgendwie Äh Den Shop auch Up reward Genau Upgrade the rarity Of the shop equipment Das machen wir mal Dann gibt's nämlich Zum Teil schon Hier Level zwei Ähm Sachen 1200 Den kann ich jetzt locken Reroll kostet 75 Uuuu Schön Okay Wir brauchen Geld Town 1 Strong 2 Das Das weiß ich noch nicht Genau Was das Soll Heißt das Ich bekomme Strong units Receive Shield and Resistant Bonuses And Knockback Reduction Weil wir haben ja auch Ähm Solche Einheiten Okay Ähm Nö Wir brauchen zuerst Das hier Ich will Den hier Ah Okay Und Es wird dann Nach jedem Ähm Nach jedem Level Quasi wird 2000 Nehmen wir erstmal das Ähm Wird der Shop hier wieder Refreshed Sag ich mal So Das bringt auf jeden Fall mehr Power Das bringt Überall mehr Das bringt Überhaupt viel mehr Und Das Nehmen wir mal beim Main Character Und Wir nehmen Das hier Ich kann Das auch Verkaufen Bringt mir zum Beispiel 400 Wenn ich das jetzt Verkaufe 500 Jetzt könnte ich wieder Äh Um 1200 Einkaufen Ich Will mir den Hammer Hier sichern Das sieht ja Cool aus Ähm Die Frage Ist für mich Auch Oh Ähm Was passiert Wenn Wenn einer Stirbt 3000 Wir sollten Wohl Einen Slot Äh Bald wieder Freischalten Wir haben jetzt Diesen Hammer Okay Cave 1 Wir schauen dass wir Kohle bekommen Wie schnell kann ich es machen Vierfach Geschwindigkeit Okay Bevor wir was machen Müssen wir Den nächsten Slot Freischalten Ähm Außerdem mit Q und E Kann ich glaube ich noch Die Geschwindigkeit Ui Ui Ja Das sieht Noch ganz gut aus Beziehungsweise Wir haben jetzt Einen Einen verloren Hier Der hier Civicus Unser Barde Er lebt allerdings wieder Also ist das Kein Problem Wenn mal Einer Stirbt So Dann Würde ich sagen Ein zusätzlicher Warrior Der hat jetzt Strong Dazu Gebracht Ah Da bringt er Zwei Und hier Eins Oder Vorhin hatten wir glaube ich Brave 4 Und Strong 2 Das ist möglich Eine schöne Rüstung Dazu So Richtig So Okay Ja Gegen drei Gegner Sollten wir noch Kein Problem haben Mit 5 Da ist zwar ein Zauberer dabei Ich glaube der ist nicht Ah der ist schon weg Okay So machen wir das So mit 200 haben wir nicht Viel Hier kann ich Ah ok Also die Kamera kann ich auch Händisch Machen Die Dwarfs Selber sind Allerdings Immer nur Auf Eins Tja 300 kostet das Rerollen hier 2500 2500 Was kostet ein Zusätzlicher Slot 4000 Ja ich Glaub zwar nicht Dass wir das schaffen werden Aber No risk No fun Einer von uns Einer von uns Ein Olaf ist schon Hinüber Zwei Drei Oh ja Loser Loser Your team died You'll start again At the main menu Ok Ok also Dwarf slot Unlocked Metaprogress Mage class Oh schön Increase in starting gold Unlocked Stone shell Armor skill Unlocked Relic Locus ring Unlocked Und das nächste Ist Unlock Healer Class Ok also Wir Machen hier Metaprogression Mäßig Weiter Aha Ah und jetzt können wir uns hier gleich Ein Relic aussuchen While you have 30% or less of your max health Gain 50% knockback resistance Every 5 seconds a breath of wind is summoned Strengthening all allies bonuses vary depending on resistance Das hört sich doch cool aus Aber 30% attack twice Ist immer noch glaube ich am coolsten Also wenn es stimmt Oh wir haben zwei Slots frei Das heißt wir werden uns gleich mal einen Mage checken und leider noch keinen Zusätzlichen Ähm Das ist Ah das ist noch gar nicht equipped Hier Okay Äh Ja Okay das Der Kampf dauert relativ lange weil wir noch keine gute Waffe und sowas haben Let's Wir nehmen noch Wir haben jetzt einen Warrior Wir können jetzt Mysterious units have an affinity with spells debuffs Jetzt können wir das äh checken Wir haben Brave 2 Wir sollten dann Brave 3 haben und Mysterious 2 Mysterious 3 Brave 3 Ja aber wir haben immer noch leider äh keine Waffen Das heißt das macht es nicht einfacher Naja aber doch kein Problem Jetzt sollten wir Sachen kaufen Hier haben wir eine Einen Staff Das Den behalten wir uns mal Im Auge Und der bekommt jetzt Als erstes mal einen Ice Staff Das heißt Der wird jetzt mal ordentlich Genau Der schießt schon Der bleibt jetzt auch brav Eher hinten Sehr schön Sehr schön Sehr schön Also brauchen wir weitere Waffen Damit Die Künftigen Kämpfe etwas An Geschwindigkeit Gewinnen 350 Das ist echt nicht viel Wir brauchen 600 Firetouch Position Position swap Position swap Attacks have a chance to swap enemy positions Der hat das auch Okay Was wir nicht haben ist Geld Also 750 Geben Gas Geben Gas Und hoffen dass das Passt Sieht gut aus Jetzt können wir uns Diesen Stuff Hier kaufen 500 500 haben wir hier Nix Aber wie gesagt Wir haben hier diesen Stuff Und wenn wir jetzt Ordentlich uns Kohle holen Macht er was Macht er was Keinen slot im moment mehr frei Wir sollten Uns eventuell Armor holen Empowered healing Zumindest Zwei können wir mal Ausrüsten Bleeding 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 ist cool Resistance Knockback Gains Knockback Bonus Per Hit Ja Bringt auf jeden Fall auch Geld Und das Haben wir jetzt auch Das heißt Der bekommt den Ein schöner Hammer Okay Dann können wir auch Gleich noch Das hier freischalten Der bekommt den Hammer Ein Neuer Kostet 1500 Oh man Also hier Das hier kann ich Oder sollte ich Nicht nehmen Weil die Forge Ist noch nicht Freigeschaltet Da müssen wir Zuerst Etwas Uns hoch Hochleveln Wir warten Wir warten Auf Auf viel Geld Ja Schauen wir mal Ob wir das schaffen Ein Bad Habe ich jeweils Habe ich jeweils eins Dazubekommen Okay Der bekommt auf jeden Fall Mal das Und von mir aus Diese Waffe Einfach damit er Irgendwas hat Und wir brauchen Viel Geld Randomness 1 Attacks Apply Random Negative Effects Boah Ist auch cool Auf jeden Fall Die bleiben immer Level 1 Ja ich habe Leider ohnehin zu wenig So jetzt kann ich Was kaufen Lifestyle Das ist doch cool Empowered Healing Ja Ähm So Eine Lens Attacks Apply Random Negative Effects Das nehmen wir So Ähm Der bekommt Das mit Empowered Healing Ja Okay Am 2000 Machen wir mal Das Und wir brauchen 2000 Auch für Einen Neuen Für einen neuen Zwergen 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 Kompannen Oh 3 gegen 1 Okay Das ist jetzt schnell Gegangen So So jetzt Jetzt holen wir uns einen zweiten Warrior Einen zweiten Schauen wir nochmal Brave 3 Mysterious 3 Der bringt Brave und Mysterious 3 und 3 Brave 4 Mysterious 4 Okay Okay also jeweils 1 Aber warum ist 1 hier so gelb hinterlegt und 1 nicht Sehen wir das hier vielleicht Here you can see what each synergy does and which ones you have active Achso Each class has 1 fixed synergy and 1 random synergy Fixed synergies have a gold out Achso Na okay Use the shop Ja genau Buying Tears And up Reward Skills Reroll And lock Okay Also der ist immer fix Das heißt ein Guardian hat immer hier Strong Ein Mage hat immer Mysterious Ein Der hat Bart hat immer Inspire Und dieser zweite ist Random Okay Ja Gib Gib Geld würde ich sagen 3.800 Das ist Der ist unser Warrior Die Frage ist jetzt Wo starten die Ist der jetzt ganz vorne Oder Der andere Schauen wir mal Ah ja Der ist ganz vorne Okay Also je weiter rechts Umso weiter vorne Das heißt wir könnten Entweder könnten wir den Oh Nicht gut Aber das geht sich aus Also entweder Ähm Wir könnten Unseren Unscar hier nach vorne Bringen Okay so könnten wir das machen Ähm Der hier ist unser Bart Die beiden sind unsere Mages So 2150 2500 Bekämen wir Einen Neuen So ich versuch's nochmal 4200 Wär einfach zu gut Nö Das geht sich nicht aus Schade Aber Healer Class Two Leader Choices Unlocked White Flag Unlocked Assassin Class Ui Schön Forge Ah Jetzt haben wir die Forge Okay So Gut Choose your Leader Bart oder Guardian Ja trotzdem Guardian würde ich sagen A Relic Our Class of Power Receive 10% more Power And when in combat After 10 seconds Gain 20 more Power Random enemy Receives a random Negative Oh Oh Reflects 10% Of damage Taken Value Increases To 25% For 5 seconds After knocking Back an enemy Boah Das ist glaube ich Ganz cool Ach Ja wir holen uns Als zweiter Einen Mage Ja Haben allerdings Kein Equipment Jetzt können wir Forgen Wir haben allerdings Noch nichts zu forgen Aber hier Bekommen wir Eventuell was Okay So Wie funktioniert das Hier hin Forge In the Forge You can Create items Armors And pets To forge a new item Simply place 3 compatible Components And pay their cost You can Check the Forging Outcome Probabilities Which Change According to The 3 items Used To forge To forge a pet You need An egg And 2 stones Of the same type As the egg For every 10 items Created You receive A relic As a gift From the god Thor Okay 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 So bringt das Gar nichts Leider Noch nicht Ja Wir holen uns Noch einen Guardian Dazu Was bringt das Nimble Nimble Once Deal more Crit Damage Das machen wir Jetzt mal Okay Wir brauchen Trotzdem Equipment Hier bekommen wir 97% Ein Armor Das ist Gut Und wir Brauchen Für Unser Mage Achso Not Enough Gold Aber Können wir Das können wir Verkaufen Ich habe Ohnehin Glaube ich Jetzt noch Nicht Wirklich Oder Werd Noch nicht Genug Sachen Bekommen Damit wir Wirklich Ein Pet Forschen Können Zum Glück Habe ich Den Stuff Jetzt Gekauft Jetzt bekomme Ich Noch Einen Toll Ja Wir Brauchen Geld Oh Und hier Bekomme ich Den Thunderstone Dann würde ich Vielleicht Doch genug Zusammen Bekommen Oh das sieht nicht Gut aus Das sieht nicht Gut aus Ich glaube Wir verlieren Das Ja Defeat Denied A white flag Was used The dwarves Raise the white flag And withdraw Oh Das Wird Wahrscheinlich Nur Einmal Funktionieren Nehme Ich An Okay Bevor Der Gar Nichts Hat Kann ich Die Jetzt Nicht Verschieben Ach Doch Das Sind Lauter Fernkämpfer Da Komme ich Nicht Mal Ordentlich Hin Oh man Okay also Ja White flag Funktioniert Nur einmal Ein Dwarf Dot Unlock Das heißt Ich Bekomme Jetzt Moment Ich Bekomme Jetzt Oh Ein Assassin Den Will ich Gleich Mal Probieren Ein Healer Okay Schön Ja Wir Haben Jetzt Hier Noch Einen Zusätzlichen Slot Aber Die Kosten Halt Trotzdem Immer Noch Richtig Kohle Okay Ich würde Sagen Das War's Für Heute Vielen Dank Fürs Zusehen Bis Zum Nächsten Mal Ciao 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 compress Bis Bis been Sir 년 Ti Bis load 숙 Vielen Dank.